Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Wir waren hier irgendwann mal stehen geblieben. Irgendwie nehme ich mir immer vor aufzunehmen, aber komme irgendwie nicht dazu. Aber es findet sich bestimmt mal wieder Zeit. Ich habe ja nächste Woche frei und dann gucke ich mal. Ansonsten waren wir bei Olivia und ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Wir haben den Garten gemacht gehabt oder weiter gemacht gehabt und stehen jetzt davor, den vielleicht auch noch irgendwie einzurichten. Wobei wir ja auch noch den Keller haben. Meine Stimme, ey. Wir haben unseren Fitness- und Wellnessbereich eingerichtet. Wir haben noch so ein Hobby-Dart, die Werkbank und was wir uns dann noch alles... erfinden wollen, ist auch gut gesagt. Aber... Unser lieber... Ich glaube der Damien war das, der seine ganzen Klamotten hier überall liegen lässt. Naja, was soll's. So, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und wir schauen mal, was bei ihr so ansteht. So, Level 8. Sie hat glaube ich schon eine Fähigkeit auf Level 10. Genau, was kochen. Was natürlich gut ist. Und den Lebenswunsch hat sie auch schon erfüllt. Ja, nice. Dann müssen wir nur noch den Beruf bei ihr hochbringen. Großartige Erzählerin, Mensch. Wollte aber mal gucken. Profi-Faulenzer. Keine Angst davor zurückgestuft oder entlassen zu werden. Kaum hungrig. Gelehrte. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht so unternehmerisch. Dass wir jetzt langsam da mal hochkommen. Unabhängig. Und wir nehmen unabhängig, weil dann dieses Sozialbedürfnis langsamer sinkt. Dann haben wir schon mal einen Sim, der ein bisschen zufriedener sein wird. In seinem Dasein. Eventuell. Okay. Und wir müssen gucken, was wir hier noch draus machen. Wir haben jetzt ja noch so einen kleinen Raum. Der eigentlich zu ihr gehört. Und wir geben ihr den auch zurück, würde ich sagen. Das heißt, wir werden dann hier die Wand wieder ziehen. Und das dann einrichten entsprechend. Aber das dauert dann noch einen Moment. Übrigens funktioniert meine mittlere Maustaste, wie ihr seht, nicht mehr ganz so gut. Also so vor und zurück geht noch. Aber ich würde gerne die Ansicht ändern. Ja. Aber irgendwie will die Maustaste. Ah, jetzt will sie das. Okay. Ich werde gleich mal die andere suchen, die Sarah mir zurückgebracht hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich sie abgelegt habe, wäre schon mal ein einiges hilfreicher. So. Wir haben noch vier davon. Die verkaufen wir. Und warum schläft sie eigentlich? Steh mal auf. Geh mal alles ernten. Das ist, glaube ich, erst mal ein guter Plan, dass sie jetzt hier erst mal den Garten leer fegt. Und dann lassen wir die Haushalts-AG mal ein bisschen arbeiten. Ah, ich muss hier einfach mal was trinken hier. Ey, wie lange brauchst du denn, um da Sachen abzupflücken? Aber mit einem Griff pflückt sie gleich zwei Sachen. Das ist eine durchaus gute Gabe, glaube ich. So. Hier lacht wieder irgendjemand beim Schlafen, glaube ich. Claudio ist dann auch mal zu Hause. Irgendwas ist hier kaputt, oder? Nein, unser Timmer ist unterwegs. Ich brauche so ein Ding für zu Hause. Ich habe mal geguckt, so teuer sind die gar nicht. Wie der hier rumlasert, ist das cool. Ich finde ein bisschen besonders, dass der immer hier lang fährt und dann ist der ganze, das ganze Wohnzimmer ist sauber. Verbessern. Kernchronometer. Okay. Ähm. Ach, er hat seine Badehose an. Ich dachte gerade, er steht hier einfach in Unterwäsche. So, was musst du denn nochmal gemacht haben? Essen kochen. Das kriegen wir hin. Servier mal einen Cäsar-Salat. Bitte. Mein linker Maus-Klick spinnt jetzt schon manchmal ein bisschen rum. Äh. Pasta. Danach. Warum nicht? Unser Premium-S-Bereich hier, ey. So ein bisschen Küchendeko könnten wir uns, glaube ich, auch nochmal anschaffen. Mann, wir haben zwar jetzt hier alle schön eingerichtet, aber so ein bisschen an der Wand. Bisher haben wir nur irgendwelche Bilder, die zwar auch echt gut hier reinpassen. Aber man kann ja noch mehr haben. Level 8 Feinschmeckerfähigkeit. So, die Haushalts-AG. Dann fangt mal an, meine Freunde. Wir werden jetzt mal das Essen in den Kühlschrank schieben. So. Und dann können die Leute nämlich sauber machen. Aber es ist natürlich klar, ne? Ich habe ja angegeben, dass die Leute kochen sollen. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal raus. So. Backen. Backen nehme ich auch mal raus. Gibt es noch was, was man hier machen kann? Okay. Wie nicht, ne? Orgel. Nein. Hobbys. Shit, wir müssen die Sportgruppe noch machen. Fällt mir gerade ein. Unfug und Chaos. Alien-Kräfte verwenden. Nee, das nicht draußen. Frösche suchen ist auch nicht schlecht. Durch Labyrinth-Irren. Ja. Lassen wir mal so. Dann werden die was von diesen Aktivitäten machen und dann passt das. Eventuell. Wir lassen sie jetzt erst mal zu Ende kochen. Du müsstest mal Sport treiben. Du bist ein Verbrecher-Oberhaupt-Fass. Liebe Claire. Es ist auch fertig. Sehr schön. Dann hast du mal säubern. Wollen wir das jetzt hingestellt? Okay. Dann aufräumen. Säubern. Müll entleeren. Ich meine, die Küchenschöffin kann die Küche auch sauber machen. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Junge, wie lange schrubbst du denn an dieser Theke rum? Sogar ich bin beim Putzen schneller. Interessant, dass sie das zuerst sauber macht. Ach, das haben wir, glaube ich, auch angeklickt, dass sie das tun soll, oder? Aber auch interessant, dass sie einfach direkt dahin geht. Oh, wir haben die Hecke hier noch gar nicht weitergeführt. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Ich würde dreist sagen, wir machen das jetzt noch mal schnell. Wir haben ja Zeit dafür. So. Dann noch mal schnell den Move Object Sheet. Da hat er ja mal die Theorie geäußert, dass das mit diesen, ähm, dass sich die Sachen nicht weiterkochen, zum Beispiel und so. dass das vielleicht mit dem Move Object Sheet zusammenhängen könnte. Aber, äh, also ich wollte es mal ausprobieren. Ich glaube es aber nicht. So, ich werde jetzt mal ganz kurz hier eine Tür hinsetzen. Die hier wegnehmen. So, und dann können wir nämlich jetzt hier ihr Zimmer wieder einrichten. Halt. Das müssen wir auch nochmal umschieben. Ups. Jetzt hätten wir ja fast irgendwo was geklaut. Wobei man ihr Zimmer auch ein Tickchen größer machen könnte. Vielleicht. Doch, das ist keine schlechte Idee. So. Dann geht der noch hier mit in die Ecke. Wir werden den PC einfach hier reinstellen, weil sich das echt anbietet. So, nur noch gucken, wo wir das Bett lassen. Ich bin am überlegen, den Fernseher dann hier hin zu hängen. Jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich hier, aber es ist kein Problem. So. Dann. Das Bett ein bisschen einbauen. Nee, das machen wir mal nicht. Besser nicht. Ja, wobei der Fernseher, dann hat der so einen coolen Hintergrund. Wäre auch mal eine Idee. Machen wir so. Jetzt nur die Frage, wo wir Sofa uns so hinstellen. Oder sie hat hier so eine Nische mit ihrem Bett. So. Und dann könnte man mal so mit Halbwänden vielleicht ausprobieren. Boah, warum nicht, ne? So. Ich muss hier gerade mal Tag machen. Dann hätte ich jetzt gern noch... Machen wir das mal weiß. Nee, wir machen schwarz. Hier sieht alles hässlich aus. Oh. Dann haben wir natürlich auch solche Möglichkeiten. Ja, wir machen das einfach so. Sehr extravagant, aber egal. Was haben wir denn hier für eine Farbe? Was haben wir denn hier für eine Farbe? Machen wir da mal schwarzen Teppich draus. Stellen hier noch eine Blume in die Ecke. Dann machen wir einfach zwei Ablagetischchen hin. Wofür auch immer das gut ist. Aber sie hat dann zwei Ablagetischchen. So, haben wir mal was Neues gebaut, ne? Dann müssen wir hier noch die Wand entfernen und hier. Und sie kriegt ihre Tür wieder. Und wir werden das Zimmer jetzt noch blau machen. Und hier noch so einen Vorhang vorhängen. Eigentlich ist dieser Wohnbereich hier ganz niedlich. Deswegen würde ich den, ähm, das hier mal so hinstellen. Dann hat sie hier so ein bisschen Reisesachen. Oh. Den Teppich. Kann man hier natürlich noch irgendwas hinpacken. So, wir werden diese beiden Trikots jetzt einfach nochmal verkaufen. Das setzen wir mal versetzt hin. Dieser Mega-Teppich passt hier irgendwie leider nicht mehr rein. Dann kriegt sie noch weiße Laternen, wollte ich gerade sagen. Weiße Lampen. Und hier noch so ein bisschen Raum-Trenner mäßig. So. Machen wir das nochmal so. Vielleicht noch so eine kleine Säule hier rein. Von außen sieht man das nicht, ne? Dann versuchen wir uns mal ein bisschen kreativ hier. Wir können nämlich auch den anderen... Wir machen erstmal alles so. Und jetzt können wir nämlich zum Beispiel noch Steine hier mit einbauen oder so. Und hier am Kamin vielleicht noch. Wenn wir schon mal dabei sind, ne, warum nicht? Joa, das hat gleich was. Jetzt könnten wir aber, glaube ich, noch so eine Lampe vertragen. Was hat denn hier geiles? So. Ey, sie braucht so ein Ding hier. Ich werde jetzt den Rest hier mal wegmachen. Nein, so meine ich das nicht. So. Das sieht voll gut aus, das Ding. Ich lege sie das noch in blau. So. Die ist zwar eigentlich nicht dran, aber weil wir den Raum geklaut haben, machen wir das jetzt. So. Dann würde ich erstmal so... Achso, wir wollten ja noch eine Lampe hier reinstellen. So weit, so gut. Dann können wir wieder weiter. Automatisch lichter alle Lichter. Die ist noch fleißig am Putzen und bringen dann den Müll raus. Ich glaube, den Garten müssen wir auch noch gießen. Wir kommen hier nicht von der Stelle mit ihr irgendwie, ne. Ich glaube, wir sind hier schon ein bisschen länger bei ihr, so gefühlt. Okay, wir kümmern sich gerade ein paar um den Garten, das geht. Wie sieht's hier aus? Das sieht auch alles sauber aus. Dann darfst du nämlich mal die Toilette benutzen. Der Besieb der Gartenfähigkeit. Schön. So, nach dem Benutzen der Toilette gehst du einfach mal duschen. Steh ruhig ein bisschen planlos rum, das ist überhaupt kein Problem. Dann gibt's Abendbrot für dich und zwar einen Cäsar-Salat. Morgens um drei, das ist ganz normal. Und sie muss erst in zwei Tagen arbeiten. Dafür hat sie alles dafür erreicht und wird dann eventuell auch befördert mit Glück. Dann sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit tschau und bis zum nächsten Part. Und damit tschau und bis zum nächsten Part.